Und die 924 Special Diva OLD, dreijährige Oldenburgerin, Tochter des Sir Donald, der Muttervater Diamond Hitz, das Gestüt Lewitz ist Züchter und Besitzer dieser Stute und Heiko Klausing, stellt sie uns vor. Ich darf die Teilnehmer bitten, auf der linken Hand den Schrittabteilung zu wählen. Zwischen K und E durchparieren zum Schritt. Im Arbeitstempo anfangen, leicht tragen. Auf dem Zögel geritten und zur geschlossenen Seite hin aussitzen und angaloppieren. Ganze Bahn, eine lange Seite Arbeitsgalocke. Nächste lange Seite Galocchsprünge verlängern. Auf den Zögel geritten. Zur geschlossenen Seite hin aussitzen und angaloppieren. Auf den Mittelzögel geritten und Züge aus der Hand kommen lassen. Durch die Länge der Bahn wechseln. Durch die Länge der Bahn wechseln. 924, Special Diva OLD. 3-jährige Oldenburgerin. Diese Stute vom Sir Donald abschlammend. Der Muttervater Diamond Hitz. 3-jährige Oldenburgerin. 3-jährige Oldenburgerin. 3-jährige Oldenburgerin. 3-jährige Oldenburgerin. 3-jährige Oldenburgerin. 4-jährige Oldenburgerin. 4-jährige Oldenburgerin. 4-jährige Oldenburgerin. 4-jährige Oldenburgerin. 5-jährige 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 Oldenburgerin. Die hohe Qualität dieser Abteilung wird abgewandelt durch dieses Wirt, dass sich vielleicht noch etwas unreif, bei einem Dreijährigen, bei einer Dreijährigen tut er natürlich nicht weiter verwunderlich präsentiert, noch etwas wenig bewusst hält, aber mit ganz großen Linien ausgestattet, insbesondere einer informierenden Schulterpartie, guter Sattlage, 8,5 für Typ und Qualität des Körperbaus. Der Tapp, sehr elastisch, schön durch den Körper gehen, mit viel, viel Augengriff, vielleicht in den Verstärkungen noch nicht die allerletzte Kraftentfaltung aus der Hinterhand, aber ein glattes, sehr gut, 9,0. Die Galopade, super, da drauf, toller Runtersprung, ganz gleich beim Rhythmus in den imponierenden Verstärkungen, mit sehr, sehr viel Raumgewinn, 9,5 für die Galopade. Der Schritt, absolut taktsicher, insbesondere imponierend, der gute Vortritt bei der entsprechenden Schulterfreiheit, sehr guter Vortritt und der Einsatz des gesamten Körpers, sicheres, gelassenes Schreiten, 9,0. Bei der Erfüllung der Kriterien der Skala der Ausbildung war vielleicht zu berücksichtigen, dass die Sute gelegentlich so ein bisschen eng wurde im Hals, da hätte man sich vielleicht noch ein bisschen mehr herangehren. An die Weiterhand gewünscht, 8,5 Gesamtwertzahl, danach 8,9. Herzlichen Glückwunsch! Applaus